Oh Mann, ein Arm, das ist ein Arm. No house should be without one of these. Hm, 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 nein. So, Guybrush, wir suchen jetzt einen Fisch. Einen Fisch. Wir gehen also jede Karte nochmal ab. Und diesen Fisch zu finden, der sich wahrscheinlich auf Gap Island findet. Oder doch auf Booty Island, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Doch erst werden wir das doch untersuchen. Da muss doch auch noch mit dem Governor irgendwas sein. Das ist, hm, das verstehe ich nicht. Nein, die wird keinen Fisch haben. Das wird nicht. Der Leuchtturm hat auch keinen Fisch. 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 Fisch in der Gasse. Geh, geh, nein. Das war nur die verarschte Gasse, um in der anderen Gasse weiterzukommen. Ja. Ja, 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 ja. Wurde du guern, Mann? 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 Wir wollen unscabie Island. Is it true that Guybrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo, you have been my trusted henchman for many years, but I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship If you do not bring me Guybrush before he finds that treasure! Ja, da sind wir aufs Gap 1 angekommen und ich bin... Eine Küche. In einer Küche ist ein Fisch, nicht wahr? Ja, ja, ich weiß immer noch. Hier noch einer. In einer Küche ist ein Fisch. Vielleicht finden wir ja da, was an dem Chip hatte das, ne? Ich glaube nicht, aber man kann es einfach so... Ja, das wird mir immer noch... Sie isst kein Fisch, nur Ekel Rans. Ich brauche einen Fisch, ich brauche einen verdammten Fisch. Hier ist kein Fisch. Der Junge hat auch keinen Fisch, oder? Ich kann nicht glauben, dass jemand es aufs Gap 1 angehen würde. Ja, ja, das tut mir leid, aber ich brauche das, damit ich weitergekommen bin. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber Fisch. Geh und er hätte mich halt eben tallerliere. Entschuldigung. Hallo Fisch. Ja, Junge? Hallo Fisch? Ein schönes Ort, du hier hast. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Voodoo-Tante wird auch keinen Fisch haben. Stan wird auch keinen Fisch haben. Es gibt nur diesen einen Fisch. Es gibt ihn wirklich nur. Es gibt nur diesen einen, der schon abgefressen ist. Wie komme ich denn an den Fisch dran, dass er nicht mehr abgefressen, sondern fertig ist? Vielleicht gibt es ein Fisch-Kostüm. Haben sie ein Kostüm-Fisch? Nee. Ja, ja. Wunderschön. Hallo. Es gibt wirklich nur diesen einen Fisch. Die Joy of Hex. I think it's meant for advanced Voodoo practitioners. The writing is way too technical for me. gonna get your refill to santa claus looks like i'm too late for the hors d'oeuvres santa too late they're already picked clean to the love of a good parrot i a pirate's best friend i don't think it was meant for that to that captain we strung up three years ago swab this that's what i say to him to penicillin to penicillin how's work for the angel of the type of the type of a fish recht dicken und hier werden wir nur in einer Küche. Ja. Ja. Um weitere Resetze zu kriegen zu dem Typ. Ich weiß, sie drückt immer auf Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich weiß. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich wohne, wann ich einen Fisch irgendwo kriegen kann. Die Bücherei ist bestimmt kein Fisch. Und ich soll ja in irgendeiner Küche gucken. Da ist... Ich war doch... Da ist eine Küche? Dann habe ich die Küche noch nie gesehen. Der war schneller. Ach, er läuft schneller. Ich drücke auf ihn da. Also ist er doch noch? Ja, ich war eigentlich anscheinend doch richtig vom... 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 Denken her, aber... Da ist eine Küche? Wo ist da 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 die Küche? Herr Selig, wo ist die Küche? Ich bin schon total auf. Mülltonne. Schön. Es ist eine beat-up-metall-trash-can. Sie sind empty. Nein, danke. Sie reekten von Fisch. Sie sind empty. Hey, was ist all das Racket? Nicht mit den Gävernor's Kans. Affle? You again? Who do you think you are? Don't even think about going in there. Don't even think about going in there. You better just get out of here. I said cut that out. There you go again. No good, punk. If it's not raccoons, it's teenage vandals. They're empty. Punk. Aren't you listening to me? No way. It probably smells. It is closed. It's a beat-up-metall-trash-can. You again? You heard me. Get lost. Let this be a lesson to you. I said cut that out. Hey, kitchen staff only. Sorry. Sorry. Guys, I guess I guess I'm just... Wollte ich gekochtet. It says, Dear Booty Island Waste Disposal Service, Shhh, please don't bang garbage cans. Governor sleeping upstairs. I don't think that'll work. I don't know how to play. What a big organ. That doesn't seem to work. You again? Why I oughta... You've got some nerve! It's a beat-up metal trash can. You again? I don't have time for this. Go away, boy! You batter me. Hey! Come back here! I'm not done yet! Oh! I'm going to use this meat cleaver in a second. This neighborhood has really gone downhill. Quick! 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 And, absolutely. I will say... Take a job! Why don't you go down to the dump, if you like garbage cans so much? oh still one day. 3rd Island und endlich mal einen Scheiß-Fisch abgeben, den ich nicht in Erinnerung hatte, weil ich mit anderen Fischen in der Erinnerung hatte. So, guck mal, was ich hier fangen habe. Ein Fisch. Ohne Angel. Ich bin ein Meisterangler. Wow, das ist der größte... Well, es ist fast als ein Leviathan, ich habe in den Held. Really? Where ist das Leviathan? Ich glaube, du bist ein Lied. Ja, du bist richtig. Es war nur ein Fisch-Story. Ich glaube, du gewinnt. Hier, fangen wir. Kannst du hier reinspringen? Ich glaube, das würde sehr sportlich sein. Ich glaube, das würde sehr sportlich sein. Es ist ein schönes Pult. Das Spiel ist so unlogisch, aber auch wieder logisch und wieder unlogisch und logisch. So gleich wie Zeit und das mache ich ganz krug. Also ganz kacke. Ja, ja. Ja, ja. Oh je. Oh je. Nein. 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 Der Baum. Oder? Komm schon. Der Baum. Der Baum. Das ist gut. So. Boah. Gut. Gut, dass wir das auch mit den Baum hingekriegt haben. Vor der blöden Löwe. Also wenn diese Sache mit dem Fische und so vorher schon gekommen wäre, die jemand mal draufkommt, um dir ins Haus zu gehen. Oh, du hast sie auf einem Pott. Sieht aus wie ein Plank, in einem Baum gelegt. Das ist das Zähl, der meine Karte hat. Keine Chance. Sieht aus wie er beitzt. Keine Chance. Sieht aus wie er beitzt. Keine Chance. Ich glaube, ich sollte es nicht in den Karten nutzen. Keine Chance. Das scheint nicht zu Ende zu sein. Ich glaube, es wäre sehr sportlich. Das würde ich nicht in der Karte. Was ist mit der Karte? Ich glaube, es wird sich nicht in der Karte. Das ist der Karte, der den den Karte ausgült. Ja, das ist die Karte. Das scheint nicht zu Ende zu Ende. Messer? Mein Scoutmaster würde mich töten, wenn er mich mit einem Knifen würde. Das funktioniert nicht. 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 Ich denke, das würde sehr sportlich sein. Soil? Der König? Sacrilege! Ich weiß nicht, wie ich spielen kann. Ich denke, das funktioniert nicht. Es ist leer. Nein, es sieht aus. Er sieht aus. Er sieht aus. Der König. Der König. Das ist das König, der verbrült meine Kampen. Es gibt hunderte und hunderte Kampen. Ich will nicht alle, und ich kann nicht wissen, welcher ist Governor Marley. Der König. Wie gickle dir jetzt dein Hund. Ich hab'n Knochen, ich hab'n Knochen, oder? Der Skelett da mit den Knochen, könnt ihr ihn benutzen, um den Hund für mich zu gewinnen, oder? Bitte. Aber wir waren doch gerade erst mal gerne, aber dann war'n ich. Ich hab'n Knochen, oder? Ich hab'n Knochen, oder? Ich liebe das Spiel, aber trotzdem. Das macht mir doch gut. Aber ich weiß nicht, wenn ich das Spiel küsse, weil ich einfach... Meine Meinung nach, ziemlich zu doof bin. Und... Oh, was ein süßes kleine Ding. Okay, Dog, du kommst mit mir. Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Wir sehen uns das nächste Mal.